Hallo meine kleinen Bölfchens, willkommen zu Red Dead Redemption 2. Ich habe ja gesagt, dass wir uns im Camp hier wiedersehen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht kann ich den neuesten Araber deswegen noch nicht finden, weil ich die Stelle noch nicht freigeschaltet habe. Also ich kann jetzt die Stelle, also für die Pferde, freischalten. Dann muss ich jetzt erstmal hier zu Hosea. Und dessen Mission annehmen. So, machen wir das doch mal. Me, auch. Es war ein paar Wochen langs. Wollen Sie nichts? Ich glaube nicht. Ich habe alles, was ich. Los geht's dann. Also, du hast noch nicht die Bodecija verwendet? Nein, ich liebe sie. Sie war ziemlich ein Hose. Das ist okay, aber es ist kein Bodecija. Ich habe mir gedacht, dass ich diese große Hosea verwendet habe. für ein paar Jahre lang. Unruly, Bastard. Wo hast du ihn? Some big, loudmouthed Bastard tried to rob mich und was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Okay, dann nehmen wir mal den Rattel weg. Und guck mal doch mal, was wir da für Pferde finden. Ich bin wirklich großes Pferd. Also, Shias sind ja echt hübsch, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, ich bin nicht so die Pferdekennerin. Ich habe einen Hose-Tack in den Städten, die Valentine's Stables. Einige schöne Säden. Ich hatte einen wirklich schönen. Ja, was ist das? Ich habe mich verletzt, außerhalb der Salon in Deer Creek. Oh, ich erinnere mich jetzt. Just über. Das hat sich in einen langen Tag gemacht. Ja, du erinnere mich? Mac ging verrückt. Drei zu töten, um die ganze Stadt zu töten. Und Davy wurde so verletzt, dass wir ihn verletzten. Und dann kam er in den nächsten Tag, und er wuchs auf, und angefangen wieder zu dringend wieder zu dringend wieder. Oh, ich will mich an diesen Jägen. Jenny, auch. Sie hat eine Spacht, die Frau. Es muss sich ziemlich schwer auf Lenny. Du kannst dich, er war süß auf sie. Na, Lenny und Jenny können niemals funktionieren. Das ist wie Arthur und Martha, oder Bill und Phil. Ja, vielleicht bist du all right. Ich fühle mich ein bisschen wie unser Glück hat mit dem, auch. Nonsten. Wir sind alles gut. Wir brauchen ein paar Geld, um uns zu retten. Ich hoffe, dass du so. Hast du eine Chance für die Cornwall-Barns noch? Nein, noch nicht. Sie sind noch sehr heiß. Sie müssen gut sein. Ich habe ein paar Lieds, ich bin in der Lage. Reiten wir denn eigentlich hin und nimmst du jetzt ganz komische Abkürzungen? Warte mal, ich muss erst mal mein Pferd beruhigen. Ich werde mir mal ganz kurz stehen. So, jetzt. Ja, ja, ich komm ja schon. Ich bin da. Keine Angst. Ich komme. Ich bin da. Ich bin da. Ein schwarzgeschicktes Vollblutstitze abholung in den Stellen bereit. Ich glaube, du bist in den richtigen Ort. Ich habe ein paar Schönheit in den Moment. Ja. Ja, und was ist dieser hier? Ja, du willst zu verkaufen? Ich zeige dir. Du hast Pferd? Nein, keine Pferd. Ja, natürlich. Das wird das, was ich bezahlen kann. Hey, but, your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable them here for you. Here, take a look. So, das verkaufe ich jetzt. Ich könnte mir jetzt mal ein anderes Pferd kaufen. Das ist zu teuer. Das ist auch zu teuer. Aber das hier gibt es gratis. Das hat auch echt gute Werte. Also, man kann ja hier sehen. Geschwindigkeit, Beschleunigung, Windigkeit, renntauglich. Und das kostet mich nichts. Und außerdem finde ich ja, das ist eine echt schöne Zeichnung. Ähm, kurz Info. Es ist ein Mädchen. Sehr schön. Wabolla. Weil, wenn es ein Mädchen ist, kriegt es jetzt den wunderbaren Namen Luna. Ich weiß, sehr einfallsreich. Aber einfach wegen der Zeichnung, die sie gerade im Gesicht hatte. Nur mal ganz kurz gucken. Ich mache, ich habe ja immer gern so einen Kontrast. Zwischen Fellfarbe und Ding. Deswegen kriegt sie von mir jetzt einen weißen Schweif. Und die Mähne. Äh. Wird auch weiß. Und dann kriegt sie hier noch Pflegeleistungen. Ich kann... So? All right, partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. All right, let's see. So, hmm. Let's see. Here are your papers. And on me. A new grooming brush. And some treats. Appreciate it. All right, you. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. So, schön. Jetzt haben wir ein neues Pferd hin. Ein hübsches noch dazu. So. Gleich mal her. Vertrauen aufbauen. Verbundenheit. Und dann fitheuer. Dann f auch noch. Oh, ja. Oh, okay. Oh, ja. Und du und John. Okay. Es ist nicht so lange, dass du es weg bist, jetzt? Es war ein Jahr, Hosea. Er hat uns geblieben für ein Jahr. Ich habe ihn mit ihm viele Mal gesprochen. Er weiß, er hat es falsch gemacht. Er hat es nur versucht, es hinter ihm zu stellen. Ich bin sicher, er macht es. Er ist auf dem Mann, das ist eine Sache, aber es ist ein Code. Er weiß das. Er ist nicht Trelawney. Ich habe nicht vor, für den Jahr zu verschwinden. Jetzt können wir die Finger wieder ein bisschen entspannen. Und schön durch die Dunkelheit reiten. Wie sieht es denn eigentlich mit euch aus? Kennt ihr euch guten Pferden aus? Also auch mit den Pferderassen? Wie gesagt, ich gehe nur nach dem Äußeren. Ein paar Rassen sagen mir was. Ich denke, wir brauchen die Hände gleich hier. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, für was die ursprünglich gezüchtet wurden oder ob es jetzt... Es gibt ja auch irgendeinen Unterschied zwischen Ponys und Pferde. Ab irgendeiner bestimmten Widerriss für Hör, da habe ich auch keine Ahnung. Also auch Vollblut, Kaltblut. Da kenne ich mich nicht so aus. Also ich kann mit dem Hinterkirchen. Ich nehme an zu! Ich nehme an. Ich sehe mich nicht so aus. Ich würde meine Ahnung auch gehen. Ich denke, ich nehme noch auf die Ahne. Ich sehe mich nicht so aus. Aber ich habe die Hände in Hände. Natürlich! Schau da! Rappets! Vielleicht sollten wir einen zu füllen! Sure, wir versuchen einen zu füllen. Du willst nicht etwas zu stark auf einen kleinen Angriff wie das. Es wird einfach verletzt die Fleisch. Die beste Sache ist eine Böse oder eine .22-kaliber-Varmint-Rifle. Ich habe Hunted Rappets bevor, du kennst. Ja. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Hauptsache Fleisch, oder nicht? Ja, komm! Erwischt! Erwischt! Aufheben. Du wirst es leider als Mahlzeit enden. Ein Edelhase. Okay. Ja, jetzt stimm ich schon zu spät. Jupp. Ja, manchmal bin ich glaube ich ein bisschen zu schnell. Entschuldigung. Ja. 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 Dann stell mir doch mal Fleisch her. Ich drücke mal ein bisschen auf Leertaste, dass es schneller geht. Ein bisschen werde ich jetzt was essen. Nein, ich bin gut. Ich mag nicht, dass ich so lange zu essen. Okay. Okay. After all, da. Ich mache jetzt einfach hier mal. Das lagere ich jetzt. Ist immer gut, was in der Tasche zu haben, weil wenn jetzt meine Gesundheit sinkt oder meine Ausdauer, dann kann ich Fleisch essen, dann kann ich mir das wieder ein bisschen aufladen. So. So. Neigern. Ich hoffe, dass es bald fertig ist. Neigern. Nochmal. Neigern. Okay, jetzt war's das. Okay. Ne. Okay. Alright. Well. We better get some rest. I wanna be up at first light to find this monster. You better be worth all this drama. Ich schlaf mal mal. Sieben Stunden. Okay. Okay. There you go. So. What's your plan? Well, we'll see if we can track them, but we might need to lay bait to draw them out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground, more dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. Tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. I was... So they weaned on bear meat. How you getting on with that bait? I think I got this done. Okay. It's going fast. Okay. We'll get back. Let's go, Arthur. And let's get after. So, umstrutely to hold. Okay. So, da seht ihr auch, dass der Bart schon wieder ein bisschen nachgewachsen ist. So. Let's go, girl. Easy, girl, you're okay. So, ich muss nur noch ein bisschen streicheln. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know. I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the lot? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No. Course not. Listen. If Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Oh, there's a bit. Here? Somewhere? No, just here. Ja, hallo. Jetzt. Okay. Fährte folgen, legendärer Bär. Dann geh mir der Spur doch mal nach. Aber ich rüste mich schon mal mit... Ich hab nur das hier in der Bogen. Ja. Ich rüste mich damit einfach schon mal aus. Ich weiß, es geht dort oben lang. Vorne. Ach, hier. Fisch. Ja, da vorne ist auch schon wieder was. Bärenkacke. Bärenkacke. Okay. Was vom Bären aufgefressen wird. Ich bin für Köder benutzen, ist doch am einfachsten. Okay. Das ist hier. Okay. 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 Dann wartet man mal ab. Ich bin nicht nervös. Ne, weil, weil, weil... Äh, wo waren die denn noch mal? Äh. Ach da. Untersuchen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Schieß, 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 schieß. Oh mein Gott. Ach da. Alles gut bei dir? Ja? Ja? You know what, Arthur Morgan, I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You're coming or you're going to track that monster? Well, I'm going to stick around here for a while. I'll see you back at camp. Bye-bye. I'm going to get here the Bärener legen. Wait, 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 I can plant them. There are new Pferds in the garden. Okay. What have I here? Wilde Möhre. I can also collect some of them. That's good for that. There's a lot of stuff. He's going to get in the garden. I can't even touch a lot. So, here's another one. He's going to get in the garden. Then I'm going to get in the garden. I will take the garden again. So, here's another one. Oh, here's another one. I'm gonna go again next time. I will take a bit of time. If I let myself be, I just need to start my one. Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen, ein bisschen schneller geht, da ist wieder was. Untersuchen, nein nicht ausruhen. Untersuchen, Code, äh Code, nicht Code. Okay. Es war nix gelbes mehr hier, ne? Ne. Oh, da hinten ist er, da hinten. Ich bin nur kurz auf den Felsen hier. Komm schon. Ich glaube kein Dead Eye mehr. Nein, ich abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen, bitte. Nicht abhauen. Oh, ist tot, oder? Bist du tot? Oh, ich hab's geschafft. Oh, ne, du bist noch gar nicht tot. Oh, äh, ja, dann, äh, kann ich dich erlösen? Okay, sorry, sorry, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Oh, ne, ich muss mir leid. Oh, ne, ich muss einen Gnadenschuss geben. Sorry. Ach, dann halten wir den mal. Ja, es gibt hier auf der Welt sogenannte Trapper. Da kann ich das Fell verkaufen. Und legendäre Fälle bringen mir richtig viel Geld. Deswegen würde ich sagen, lagere ich das jetzt erstmal auf meinem Pferdchen. Gehe direkt zum Trapper. Und dann sind auch schon wieder fast 30 Minuten um. So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf der Karte. Der Trapper ist hier. Das passiert mir jedes Mal. Nein! Jetzt. So. Der Kind der Chrisley Bear Barati. Barati war schon da gerade. Ich habe ja noch hier von meiner Pflegeleistung ich dem Pferd vorhin gegeben, habe noch ein bisschen was über. Ich will jetzt nicht gegen die Felsen knallen. Guten Tag. Warte mal, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Da ist was. Äh. Entschuldigung. 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 Okay, sicher? Sehr gut, okay. Guck mal, jetzt noch mal ein bisschen zu. Ja, kann ich mit ihm... Ja, was? Ja, okay, ich gehe schon. Ist okay. Upsala. Okay. Ist okay, ich lasse dich jetzt nur. Ich will jetzt wissen, ob er Gold findet. Ich will jetzt auch keine Stunden hier verbringen. Kannst du da hochspringen? Ist zu hoch für dich. Kann ich da hochspringen? Ja, hier geht's. Okay. Nice. Das ist echt gold gefunden. Ich will gerade... Ob ich ihn ausrauben soll. Ich meine, er hat Gold. Und ich brauch Geld. aber die Sterne die die manche tun oder die wir kommen wir lassen ziehen wir lassen ihn ziehen wir haben das Fell das verkaufen wir jetzt ich bin ein anderer Mensch Ich bin ein netter Mensch Ich werde jetzt auch mal die Zeit vom Ritt hier wieder ein bisschen vorspulen Damit ihr euch das nicht alles komplett antun müsst Falls was Spannendes passiert, mache ich es natürlich wieder langsamer Komm herr, girl Hey, hey Ja So, da sind wir angekommen Hupsala Entschuldigung Äh, hallo Pferd So, jetzt Kann ich das nehmen? Achso, ich muss da rüber Ja, Entschuldigung So, jetzt verkaufen Hier 60 Dollar Das ist eine Menge Geld So Jetzt, wo wir unser Bärenfell verkauft haben, würde ich sagen Mache ich hier jetzt einen Stopp Und Ja, mal sehen, was uns in der nächsten Folge erwartet Also, bis dennne Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018